servus und grüß euch auf meinem kanal der bienenwassler zum vierten advent gibt es natürlich das letzte paket die letzte frage und das paket beinhaltet diesmal wieder schöne bienensocken eine entdeckungsgabe richtig massiv vom tag von bienenruck und ein komplett set von sin soma womit dann der glückliche gewinner auch sein geernteten honig analysieren kann und was möchte diesmal wissen was müsst ihr diesmal beantworten wenn sie das paket möchtet und zwar habe ich mit ihren leiter mit meinen leiter gesprochen auf der messe und ich habe ihn gefragt wie groß sein team ist dass das ganze auf die beine gestellt und hat eine zahl genannt und die bitte unten in die kommentar leiste reinschreiben der erste der es beantwortet oder die erste wird natürlich angebildet von mir angeschrieben und das paket geht anschließend raus in dem sinne sage ich dankeschön fürs beispiel und ein anderes mal so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.